Bei dem besieße ich 66% Das ist ja Ja, komm hier Gucke Ja hier, richtig flicken Ich hab ne Tür aufgemacht Ladies and gentlemen Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal den ihr auf jeden Fall abonniert haben solltet Wir spielen For the King Und mit wir meine ich mich Und bei La Hi, Hallo, La Wie sieht's aus? Ja, lang ist's her, wa? Ja, glaub ich Ja, ein, zwei Tage, ne? Ja Ein, zwei Tage, ich glaube Weiß ich aber nicht, könnte sein So, ich glaub Musst du, oder ich? Du Ja, ich bin grad, hier muss ich gerne platzieren, weil ich die Ball von dir ein bisschen hin kann So, komm, scheiß auf Werte So Scheiß auf Werte So Auf jeden Fall, For the King ist ein rundenbasiertes Roguelike Game Und... da läuft ja schon mal scheiß Wir haben quasi ein Ziel, die Welt zu retten Ja, es gibt eine dunkle Macht In dem dunklen Turm gibt's einen dunklen Herrscher Und den müssen wir stürzen Bis dahin ist das aber noch ein weiter Weg Es gibt mehrere Ebenen Und... man spielt das mit bis zu drei Mann Man kann sowohl Solo spielen Also auch Multiplayer Und man spielt halt drei Charaktere Ich hab zum Beispiel zwei übernommen Und Holger hat den Jäger Es gibt mehrere Charaktere Die sich alle aufteilen Es gibt schon Nahkämpfer, Fernkämpfer, Magier, Heiler Alles das typische Ist auch aus Runden basiert Und... ja, ich glaub viel muss ich erstmal nicht sagen Wir gehen erstmal da hin So, ich hab mir zwei Movements dazu bekommen Ich könnte jetzt gegen Wolf kämpfen Ihr seid aber... die anderen beiden Charaktere sind aber zu weit weg, dass sie mitkommen würden Das heißt, ich müsste alleine gegen den Wolf kämpfen Weiß nicht, ob ich das schaffen würde Das ist sehr schreckt Deswegen überspringe ich den Zug Indem ich... Watt drücke? Das ist jetzt nicht... achso, Zug beenden Ha! Welche Taste war das? Oben rechts ist es... äh... Sanduhr Ah, okay Weiß ich Bescheid Und es gibt natürlich auch Erfahrungspunkte Und dementsprechend heißt das Wenn ich jetzt mit dem zweiten Charakter reingehen würde Bin jetzt nicht mehr alleine, weil jetzt zwei Charaktere stehen würde Würden aber nur die beiden Charaktere Erfahrungspunkte bekommen Und Holger nicht Das ist natürlich ein bisschen doof Deswegen... Zu banden Dann kommen wir mal Wir müssen auf jeden Fall zum Häus drauf Wir gehen gerade den Umweg, aber brauchen wir auch auf jeden Fall Erfahrungspunkte So, ich latsch mal Richtung euch Könnt sogar noch einen Schritt weiter machen Was meint ihr wollen wir angreifen? Ja, vorgast Ja, ne? Ja, immer drauf Wenn dann richtig Wir sind ja nur ein Wolf, ja keine Nix Das sieht man aus, das ist halt random Wir haben Erfolg, wir haben Versagen Wir haben Versagen, wir haben Versagen Also easy Ja, die Versagen Genau, das kommt halt auf den Fokus an Holger hat als Jäger glaube ich einen höheren Fokus als ich Mit meinen anderen Ja Genau, Holger hat den höchsten Fokus Das heißt, er hat dadurch die höchste Chance, dass wir easy snack Angriff machen Wenn wir zum Beispiel schleichen Wo er gerade zum Beispiel drauf ist Äh, was meinst du, wollen wir versuchen? Ja Er ist alleine Also für 86% So, jetzt Was? Ja Ja, das ist ja hier alleine Guckt der, der Wolf Ja, der links der Lutscher Haben wir damals tatsächlich auch auf dem alten Channel noch gespielt Der wir damals hatten, aber auch nicht Und jetzt kommen wir einfach mit mir rein Heute war das den ersten Angriff Mägen Wer überlegt den nächsten Zug Das kostet mich Jawohl Jawohl Stimmt, das hatten wir auf dem alten Channel gespielt, ne? Ja, Siggi? Ja. Alter, das ist heute lange her. Ne? Verdammt. So. So. Mann, ey. So, alles klar, jetzt geht's ab. Explosionsangriff, hier hat man zum Beispiel Sachen, man kann fliehen, Heilung zum Beispiel als Heilerin, die hab ich natürlich auch mitgenommen. Explosionen, das ist halt dein normaler Magierschaden und Eilen, dadurch kann man die anderen buffen. Die ist einfach ein normaler Wollfahrt, hat zwei Leben, macht sechs Schaden, braucht man nicht länger. Ist halt Easy-Snake. Oben reste immer noch die Quest, die man aktuell hat und ja, ich hab jetzt Gold bekommen, ich sag einfach mal teilen. Geil. Ja, ist geil, ne? Dein wär schön gewesen. Hab ich ja gemacht. Kann man ja machen. Ich hab Teilen gedrückt. So. Den hätten wir fertig? Mhm. Oh. Komm. Komm. Ja, wieso nicht? Da hätten wir ein Lager. Ja, wieso nicht? Da hätten wir ein Lager. Was meinst du? Angriff? Oder am Lager vorbei? Ja, am Lager vorbei. Wir haben ja noch einen Troll da gleich, oder einen Affen, was auch immer, da gleich im Weg. Ja, stimmt. Da passt schon. Ach, wir müssen da... Warum gehen wir eigentlich so rum? Der längere Weg um den ein Gegner noch mitzunehmen. Ach so. Behaupte ich einfach mal, weil ich den danach erst gesehen hab, wo wir hin müssen. So. Okay. Alles klar. Aber ja. Ach ja, ich muss mein Zug auch beenden, ne? Genau. Genau. Wie man es gerade auch schon gesehen hat, nach jedem Ereignis, nach jedem Kampf. Okay. Ich dachte, mich nur drei bewegen. Kriegen wir auch Sachen. Jetzt haben wir so ein Fragezeichen vor uns. Passt tatsächlich ganz gut. Probieren wir einfach mal. Ein Steinkreis. Ich bekomme Fokus dazu. Ich verliere meinen Fokus, oder ich verliere meinen Kokos, oder wir kriegen einen Arschkampf. Also 3 und 0 finde ich ja sicher am besten. Man kann auch hier gucken, untersuchen geht's zum Beispiel. Man hätte auch noch Sachen reinpacken können, aber hey. Ich hab all meinen Fokus verloren. Mit Fokus ist die Chance höher, dass man seine Sache durchkriegt. Hat Holger ja gerade eben auch schon präsentiert. Ja. So, schöner Tag. Nice. Okay. So wie ich das sehe, wer den noch drin sitzt, probier ich doch mal. Ja, also ich wär noch drin. Ja, alles klar. Der Kampf ist zu dritt. Du hast ja gerade eben gemacht. Rechtsklick? Mit Fokus ein paar? Ja, genau. Ah, okay. Rechtsklick und dann musst du noch mal links. Hab keinen Fokus mehr, aber mit Rechtsklick kann man einfach den Fokus auch super an. Interhalt 90%. Schleichen bis 37. Wir wollen uns ja nicht vorbeischleichen. In den Kampf. Ja, wir ziehen da durch hier. Ist es nicht. Wo bist du denn los? Das war RGG. Ach, weil du da Fan-Kämpfer bist, dann spielst du bisher noch drin, aber man mag ja nicht, weil... Ah, okay. Genau. Ah, ist klar. Hab das schon. Mal leid dazu. Ist halt nur ein paar Jährchen her, das ist immer direkt später. Ja, ich hab das nicht hier durch. Ja, muss ja, muss ja. Ah, hier war das Meter. Guck dich mal. Ausgewichen, mein Freund. So nicht. Auer. Na, weh getan, wa? Na, weh getan. Kann nicht jeder so Meter sein. Hier hat man auch Flächenschaden, wenn ich den jetzt haue, kriegt die Krähe ausschaden. Würde es euch erreichen, wenn das durchgehen würde? Tut's aber. Schade. Dafür müssen die Krähe auch kaum echt jetzt. Ja, Siggi, hey. Die Krähe. Den als Schott her. Den mach ich so jetzt. Eiskalt die Krähe. Ja, Holger kriegt wieder Münzen. So, teilen hier. Easy. Ja, ich hab geteilt. So. Dann gehe ich mit dem einfach mal da hin. Und du bist noch. Ah, vier fällt immerhin. Immerhin. Dann kommen wir ja schon mal weiter hin. Und dann haben wir ja so eine Chaos-Ruine. Die kommt allerdings ja später. Die kommt nachher als Quest. Ich find's übrigens voll geil, wie nah man reinzoomen kann, ne? Hm. Dass sich da noch die Geräusche ändern. Hm. Wir haben auch sehr viel dazu gepitcht, als wir das letzte Mal gespielt haben. Oder so. Wenn man hier so richtige Runds machen würde, wir würden sehr viel neu entdecken. Also sowieso, weil es ein bisschen her ist, als wir das letzte Mal gespielt haben. Aber nein. Ja, das stimmt. So. Erste Quest ist durch. Hildebrand. War damals auch dabei. Das weiß ich noch. So. Neue Quest. Ab geht die Blutzi. Jetzt müssen wir da hin. Und dann da hin. Okay. Easy. Welche Reihenfolge können wir uns aussuchen? Jetzt kann man hier noch Sachen machen, wie sich eine Nebenquest holen. Dann kriegt man halt noch Gold dazu. Dann Gegenstand zum Beispiel. Der Gegenstand wäre eine geilere Kriegs-Axt zum Beispiel in meinem Fall. Oder Chaos reduzieren. Chaos auch Teil dafür, dass wir Nachteile bekommen und so was. Und aktuell haben wir, sieht man neben dem X aktuell, wir haben 0 von 3. So. Einen furchterregenden Geist dazwischen. Töten, gräben wir auch hin. Ist sogar direkt daneben. Passt doch perfekt. Ja, da. Nehmen wir mit. Easy. So. Mehr kann ich hier nicht machen. Darf ich nicht machen. Gehe ich erstmal zurück und nehme den nächsten. So. Wir kommen da sogar hin. Fokus nutzen kann ich. 16% und 37% auf Verfolg. Also mehr als die Hälfte. Mache ich einen rein, dann wird das schon passen. Passt. Nice. Jawoll. Okay. Minus ein Chaos bringt uns nichts. Minus eine Geisel. Haben wir, ne? Nicht. Also wir haben keine Geisel. Nein. Wir haben einfach plus ein Leben. Passt. Easy. So. Gute Arbeit. Das war Quest 2. Weil da geht's. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Jetzt gehen wir nach oben. Und du bist da. Ja, oben links sieht man auch die Nebenquests. Wir haben 20 Runden noch Zeit. Ein bisschen ein Geister einfach auf die Mitte zauern. Sollte auch nicht da ein Problem sein. Ich kann fünf Felder gehen. Hm. Angreifen ist doof. Ich geh erstmal dran lang. Du kannst sogar die Macken nehmen. Nice. Oh ne. Nein. Da kommt kein... Alleine gegen drei Raben. Seh ich dich. Ne, ich kann zurückziehen. Du kannst auch vorbeischleichen. 3,80%. So, das mach ich sicher. Das mach ich sicher. Ist mir egal. Ah, kriegt ihr noch einen Bonus-Move hier. Jawoll, hier. Voll gemacht für Snack-Read. So, zack. Weiter hoch. Und... Super. Da war mir der Fokus-Puck tatsächlich egal. So. Mach nichts. Drei Felder nur. Ich komm nicht mal zum Markt. War schon belastet. Stimmt, ich hätte den Markt aufgenommen. Dann hab ich verpeilt. Ach, kann doch... Gut. Hast du noch? Ja, äh... Jahrmarkt-Ticket. Ach, ich kann den nicht benutzen, weil wir kein Jahrmarkt-Ticket haben. Ah, ist klar. Ja, gerade nicht mit, weil einer fehlt hier. Um Wunder. Der haben wir schon einmal jetzt den Stich gelassen mit. Oh. Oh, da... Ja, Holger, ne? Also, da bin ich raus, ne? Ich seh das. 72% vorbei. Ja, hier hinten. Ja, natürlich. So bist du hinten halt. Du machst das. Ja, muss ich ja. I trust you. I trust you. Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Das könnte schneller enden als gewollt. Oh, 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 oh. Nee, das ist ja allein weiter. Dann musst du alleine carry. Ja, easy! auch da ist doch was da du ja bei euch nicht komplett durch das habe jetzt noch einmal der team ist auch durchbohren ja der ist jetzt geschichte was ja ich darf ja ich darf ja noch mal einmal mit dem hammer drauf weg mit dem ich muss es sich teilen so wichtig und ich muss es nicht zeige ich weiß kalt der jungen als kalt nur vorteile da sind ja auch nicht drin weiß ich war ich war einfach mal hier was mit der erheiz mit der heutigen berechtigt dass er da komme ich okay kaufe oder zu reparieren seeschiff na gut er hat es naja was da oben noch und dann okay alles klar ja dann warten was ich übrigens auch schon das nächste quiz ziel und ganz oben dass die ruine in dem wir danach müssen das ist die herren wir waren hier kriegte verpflegen ja ich bin dabei der cheater arzt wurde das spielspiel ich habe nicht gewiss der gedichte ist natürlich ich muss ja immer ein leben und er ist schon ganz geil die bräuchte ich am meisten so ich kann jetzt viermal gehen das muss ja wohl reichen damit müssten wir alle im bereich für den angriff sein damit das die andere durchziehen und dann ist der nächste gegner gespawter die so eine olle pflanze machen wir das hier erst ja war ich sehe es nicht aber also ja das ist das zwei zufalls gegner machen wir hinterhalt oder noch mal kam probier mal hinter wie viel fokus habe ich denn noch drei und zwei level 1 habe ich zwar kein fokus mehr aber das egal du machst du hältst du es einfach so dass sogar zweimal angreifen war mal da also tony ach schade boah da war ich da aus ok jetzt kommt ein level 3 angriff ok ok der ist heavy magischer schaden ist halt kann man typisch überführe auch nichts machen der hat einfach ja nur seinen schlösschen magischer schaden sind hier irgendwo gegen resistent kann man auch uns zum beispiel sehen gegen blutung feuer gefrieren schock und betäuben ja jawoll erst mal ein level 3 er ne oder wie hast du es ja im besten Fall kriegen wir den hier jetzt au jawoll holla perfekt easy da ist doch mal drinnen hier hier da müssen ah ja also theoretisch sind die jetzt noch einmal dran oder ja bestefall im besten Fall ja ja also heilen muss man muss ich auf jeden fall gleich ja so ok den einen mache ich nicht genug schaden dann gehe ich erstmal auf den anderen so jetzt sind wir zumindest beide bücher am marsch so ich mach erstmal den rechten weg und so max auf den linken easy mhm so das macht sechs schaden das ist nicht so lang ach ich versau der den einen auch noch da war der Pfeil nicht angespitzt okay aber das ist jetzt ja nicht so schlimm hier Gott sei Dank nochmal einen Schaden rausgehauen da ist die Kriegsaxt kann man einmal aufsetzen damit auf jeden Fall der Krieger die Kriegsaxt kriegt weil Stärke hat er natürlich am meisten also das wäre ja ich ne oder? ne du bist ja Jäger ach Strade ich wollte halt äh ausrüsten sammeln einfach, wa? äh aussetzen hatte ich ah ja ok ja hatte ich auch ja ich wusste nicht warte, dann habe ich hier den Rucksack stecken ja schon, das kann man direkt den nächsten willst du? direkt wieder rein? ja easy oder? oder man sein heilen? ja erstmal heilen oder nicht aber wie heilt man nochmal? mit diesen äh grünen Pflanzen unten bei der ist ja easy das wir 927 von 37 aber ja aber erstmal heilen wir machen erstmal hier wir machen erstmal hier dann Fokuspflanzen haben wir auch und einmal Zelt da muss man halt komplett einmal vorgeheilt ist was hat heute dann noch? ausweichen ja 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 welche Pflanzen denn jetzt? ja unten im Rucksack siehst du du? unten neben dir eine Lebensleiste drei Fokus wieder her stellen, mach ich auch mal Ah, ich hab Inventar! Ich hab gar nicht in mein Inventar geguckt. Bereit oder? Ja, ich bin bereit. Ja, ist gut. Okay, eins von meinem Gegner und ein Level 1. Das ist ja... weiß ich nicht. Ich hab nur gerade mein Ding. Chaoserführer! Es gibt noch mehr von euch, statt jetzt wirklich darüber nachdenken, ob ich das halb zu schließen. Kann man das? Gut mitmachen. Kann man dann erstmal fertig sagen. Ah, ist doch cool. Das macht immer mehr Spaß. Hat uns gar nicht gelernt. Einer hat ein Schild, deswegen hat er noch von normalen Schaden ein bisschen Absorber drin. Easy, hat er geblockt. Hat er geblockt. Gut, dass sie Sicherheit hat. Die wär jetzt sonst tot. Ja, die wär direkt... vorbeigewesen. So, Schild hilft nicht gegen magischer Schaden. Easy. Es gibt die jetzt. Natürlich! Natürlich! Was? Das ist Heavy Shit jetzt. Das ist richtig Heavy Shit, ja. Hast du die Axt ausgerüst? Ja. Gut. Mach sie fertig. Scheiße. 53% auf Looten? Da bringt eigentlich gar nichts. Und ich hab keinen Fokus mehr. Hier kann ich mein Inventar natürlich nicht aufholen. Wär schön gewesen. Komm. Probieren wir's. Schade. Dener hätten wir immer nur das einmal gönnen können. Der war gut. 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 Wo den linken kannst du? Ja. Nice, Holger. Holger Meter. Ja, ja. Ja, wir sind ja immer so nett, ne? So, jetzt, wie's nicht wieder weggemacht wird. So, den linken kriegen wir aber jetzt weg, ne? Ja. Boah, super. Super, super. Echt? Ja, das passt noch. Du bist eh das, Hanky. Ja, das passt. So, weg mit dem Schoden. So, der mit 36 lebt, du weißt. Weg mit dem Schoden. Weg mit dem Schoden. Weg mit dem Schoden. Weg mit dem Schoden. So, Bezahlung. Nice hier. Aufteilen. 13. Ist okay. Buch des Wissens. Kann man nichts zahlen? Ja, hier, Holger. Kriegt der richtige Weg. Kriegt der richtige Weg. Ja, Ausrüst, 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 Ausrüst. Äh, jawoll. Meiner. Ne Fackel. Toll. Ey, komm, die hat was drauf, ja? Ja, die kriegt kaputt. Und der Chaos ist verschwunden, haben wir den schon mal beseitigt. So, jetzt haben wir die Ruine freigeschaltet. Der ist der Stollen, der magische. Was haben wir da links? Eins. EP. Fokus. Und 12.. Äh, ach so, 12 EP noch auf. Es sind, 15 EP, 6 Gruppen. Ja, schon mal so. Können wir mitnehmen. Der, der eine Wolf. Wegen Wetter hast du halt verloren. Auch krass, das gab es damals auch nicht. Ach, stimmt. Also gehen wir ja erstmal hier, Heuer zur Bronze, wahr? zudem kommst du dann der fokus musste gerade rankommen da würde noch schöner tag oder so dass du kriegst und feldbonus dann kommst du ran probier mal den wolf machen wir easy weg das heißt ich komme nicht an ich komme gerade ich komme genau einen hinter den wolf ist aber weiter nicht wenn du feldbonus kriegst wie vorhin auch dann kommst du ran das sind wir einfach erst mit dem wolf mit ja nehmen wir erst mal oder wir schlagen uns dann vorbei die bei xp den jahren den level 0 hier guckte sein sie alle level 0 das ist ja langweilig also wir haben wir 1 du bist am 0 das ist dein level das ist das wasser zu machen warum bin ich eigentlich nur 0 hallo soll er der easy ausgewichen ich teile hier aus und so und zeug und krams ich bin die leute wieder und dann kommt er mir mit 0 ja das dran 25 25 wolf soll ich soll ich ich kann nur acht schaden machen ja aber ich bin ja noch mal dran also sieben schaden sind auf jeden fall danach nach stadt obwohl sieben schaden 91 prozent auf sie alles geplant hier sicherheit gewogen oder neuen münzen absen klar worden jetzt hat jeder von uns eine waffe läuft gut mit ja muss ich auch sagen die große frage alle fragen kriegt heute bonus die leute 1 gg hey level 1 1 ja nice gotteli jo erstmal hin tribut war jo ja erstmal tributen hier und hollga mit der führung mit in dp So, hier bleiben wir erstmal schön. So, tschüss. Aber Wetteränderungen gab es damals glaube ich auch nicht, oder? Nee, war immer irgendwie hier freundlich, fand ich. Boah, die Pflanze, ey. Guck dir hier. Wie will wissen, du? Ja. Weißt du, damals gab es auch immer so ein Side Limit. Haben wir das gar nicht mehr? Hm. Okay, wir haben noch eine Nägfeste, aber nein. Wir haben eine Zeitleiste oben, aber sonst nicht. Ja. Was haben wir denn, was haben wir? Und wir haben einen Chaos Level. Wo wir den Chaos Level? Ne, wir haben 0. Ja, aber, ne? Na, Chaos Level. Anzeige für den Chaos Level. Ja, ich habe schon ein bisschen wieder durch. Ja, hier ist wieder, ne? Ruvie Manfu. Unser Español-Mann hier. Ne, Pflanze. Stehst du drin? Ähm. Kann ich jetzt nicht mehr sehen, wenn ich gerade gucken muss. Aber, könnte sein. Ja. Ja, Level 0. Ja, komm, bitte. Jetzt Necknebel mit. Komm, wir kommen ja nicht mal mehr dran. Die arme Pflanze. Ja. Was hat denn die neu noch? Bitte, ach, bitte, komm, ja. Tschüss. Oh, der Fall ist sogar immer noch da. Nice. Das gab es sonst auch nicht. Hm. Und halt 10 Schaden. Oh, nice. Die ist jetzt mal weg. Läuft mal. So, das kriegen wir von der Pflanze. Was hat die alles so verschluckt? Okay, falls wir verflucht werden, erstmal sammeln. Wow. Das war's. Mehr gibt's dafür nicht. Ich glaub, da gingen auch alle immer mit, ne? Ja, als Gruppe betreten. Traust du dich schon? Ja, ja. Ich komm noch nicht rein. Ach so, meinst du? Ich dachte, ich muss jetzt auch selber rein. Ja, komm, geh mir rein, da. Und das sind die Dungeons hier am Ende eines selbst machen. Ja, ja. Da warten wir auf die großen Feste, Fallen und sehr viele Gegner. Am Ende kommt natürlich noch ein Endboss und so weiter. Ähm. 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 Das ist die Frage. Alter, immun gegen Feuer, immun gegen Gefrier. Und die Elfe würdest du schon wegkriegen, oder? Hm? Kriegst du die Elfe weg? Ähm. Ähm. Ja, die krieg ich weg. Zack. Da waren es noch zwei. Easy. Hey, was soll das? Junge. Sehen Sie, die schritten einfach immer. Ach. Ja, okay. Ja, okay. Ausgewicht in jedes Wort drinnen. Magischer Schaden. Brinkst du bei denen so viel? Ja, okay. Das ist klar. Boah, und ich mache nur neuen Schaden. Ich mache weniger körperlichen Schaden, bitte. Hm. Soll ich den Rechten erst mal runterhauen, du machst den Linken, oder soll ich den wegkommen? Mir ist, also kann es am besten eigentlich den Rechten, ich mache den Linken und dann machen wir die Rechten zusammen. Okay. Probier ich mal einen mega krassen Schlag? Schade. Ja, komm, der geht immer. Oh, gut. Jetzt hast du die Wahl der Qual. Ne, die Qual der Wahl. Ich mach hier. Was? Ich hab beide versaut. Das war nicht wahr. Ah, sieben Schaden nötig, man. Alter, jetzt teilen sie aber aus hier. So, okay. Da kriegen wir jetzt aber den. Ja, also. Komm, die schaffst du immer. Ja, kritisch, ne? Das war so nötig. Wir kriegen auch nur Griff, wenn es unnötig ist. Ja, jetzt. Ja, nein. So, oben sieht man es. Auf dieser Ebene haben wir jetzt noch vier Sachen vor uns. Okay, drei Münzen für... Ja, nein. Boah. Eine Münze für Spaß. Nice. Yay, Leute. Äh, Gruppenheilung? Ja. Waren wir auch mal einen, oder? Das ist doch krass. Ja, nice. Damit du ich auch nicht mehr. Kommt nämlich direkt der Nächste. Danach haben wir zwei random Räume. Alter, direkt wieder drauf, ne? Du bist ein beliebtes Ziel, muss ich schon sagen. Ja, also, finde ich jetzt auch nicht so geil. Bist du jetzt der Jäger, oder bist du der Jäger? Das... Weiß ich nicht. Ich mach erst mal das Skelett hier weg. Jetzt kommt der mit seinem 13. Wow, ja. Ja, der macht ja bloß nur vier Schaden, das ist ja nix. Ja, vielleicht ein Schaden. Okay, die Fledermauskrieme vielleicht weg. Ja, komm. Ja. Oh, was? Immer! Immer triffst du den Vorgast. Auch wenn es drauf ankommt. Dann nicht mehr, dann ist es vorbei. Pass mal auf gleich, die Fledermaus noch ein Leben oder so, dann machst du Crit. Ja. Ich kann... Ich probier mal den ganzen Ding zu machen. Ich könnte zehn Schaden machen, im besten Fall. Na, geht doch. Jawoll! Geht doch. Geht mal ein App aus. Tschüss. So. Vier unnötiger Schaden. Aber immer. Zweimal geblockt. Ja. Ja. Er ist ja fast nicht mehr. Aber wir sind doch nur sicher. Ne, doch nicht mehr. Ach komm, hör mir auf! Das kann doch mal einmal ohne Fokus funktionieren, Junge. So, jetzt muss es drauf ankommen. Zweimal, immerhin. Immerhin. Jetzt kommt die wieder. Die macht halt komplett durch. Das gibt's doch nicht. Aua. Okay, aber jetzt. Einmal hacken. Wow. Oh, er reicht aus. Ja, aber zwei Versuche haben wir noch. Easy. Kein. Sieht, wie sie es nicht. Ja, ja. Bis. Ja, der Schritt 11. Ja, was. Ja, was. Wie ich gesagt habe, wenn es nicht mehr, wenn es scheißegal ist, macht der Schritt, kommt der Schritt wieder. Schritt 11. Erstmal. So, Teil hier. So, jetzt kommt ein random rum. Da habe ich Angst. Also, es kann eine Falle sein, der theoretisch, aber es kann hier so ein Händler kommen oder sonst was. Oder ein Kampf, kann auch passieren. Random Hand. Passt ja nicht, ob es noch mehr Möglichkeiten mittlerweile gibt. Aber easy. Okay. Wir haben die ja mal hochgeheilt. Ja. Jetzt kommt so ein Heilungsbrunnen oder so. Das ist ja witzig. Okay. 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 eine Leiche. Nice. Plündern, oder? Ich weiß nicht. Was kannst du denn machen? Ich kann Plündern oder aussetzen. Ich wäre für Plündern. Ja, nehmen wir mit. Ja, ne? Ja. Da liegt nicht umsonst, ne? Da liegt er. Sieg! Nice. Jawoll! Talent und Glück. Brauchst du beides. Nehm ruhig. Danke. Gut, erstmal ausrüst. Du bist halt gefühlt immer das erste Ziel, deswegen nimm ruhig mit. Ja, ich bin tatsächlich immer irgendwie das erste Ziel. So. Ich weiß auch nicht wieso. Mhm. Aber Talent und Krittes sind halt so Sachen, die du, glaub ich, ruhig brauchst. Also das... Ja. Der Krieger braucht auch nicht. Die Magier, die der hier trifft sowieso immer die... Was will die noch haben? Na, passt schon. Die Magier, die trifft sowieso. Du weißt ja so. Bis auf einmal bei der Pflegemaß, wo die Hand verkackt hat. Und eine Falle, oder? Nein, eine Falle. Okay. Okay. Okay, mit dem setze ich aus jetzt Scheißwerte. Das ist auf... Ähm... Ja, genau das, was du gespielt hast. Oh ja. Hä? 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 Dann müssen wir ja entschärfen. Ja, aber... Okay, entschärfen hab ich doch das Höchste. Sonst macht man auch mal aussetzen. Geht das dann wieder an dich? Ja. Dann ist der Krieger wieder dran. Dann probieren wir's mit dem Krieger einmal. Der hat nämlich zu mindestens 35%, dass es durchgeht. Ja. Hast du nochmal Fokus? 66% kann ich probieren. 66%, ja. Und das weitere ist eine Chance. Heuer das ja wohl... Äh, Fick. Scheiße. Gerade hochgeheizt. 35! Ach komm, das ist doch jetzt nicht... 35! Ach komm, geht das doch auf! Ich mach nicht mehr, ich will nicht mehr. Setz mal aus jetzt. Ich mach das schon jetzt. Ja? Ja? Hey! Hey! Was soll das denn? So... Äh, äh, äh... 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 Was? Was? Ich habe meinen ganzen Fokus benutzt, du blöde Sau! Hier mach nur das! Ach komm! Ach! Ich hab mich doch am Arsch! 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 Ach ja, klar! Wenn wir einzeln durchgegangen werden, kein Problem! Hör mir auf! Nee! Geil! Erstmal Geschwächte in den nächsten Kampf reingehen! Scheiße! Ja, super! Ach! Leck mich am Arsch! Mann ey! Das ist doch nicht wahr! Und was haben wir denn hier? 13... 16... Ach! Hör mir auf! Nee! Nee! Ja, dann machst du wieder easy, ne? Leck mich doch! Hm! Aber den Klick, den klick mir von mir zu! Hm! Verlass dich! Ja, alles gut! Belebe ich gleich wieder! Wenn ich... Ich kann's sagen! Wenn ich das... Ich hoffe, ich kann das überhaupt! Aber ich muss nicht noch was dafür haben! Ich find's schade, ich hätte jetzt gerne noch so'n Roundhouse-Ding oder so! Ja, für alle einmal, ne? Ja... Aber sieben schaue ich doch bestimmt jetzt! Ja, komm! Immer in einer! Danach können wir uns heilen mit dem Zelt! Also, wenn wir die Runde überleben, sind wir wieder full! Komm! Wir machen das! Kann ich zwar nicht angreifen, aber wir haben hier unsere Haupt-Schlägerin wieder! Hm! Das stimmt! Wenn die einmal Crit macht, dann ist hier... Hm! Mh! 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 wow das war jetzt okay kommt zu sehen ob ich habe mehr als ich dachte mehr links der links ist neu er hier hat der rüstung nie dann kann ich ja noch mal schießen gegen wasser also wenn ich jetzt jetzt geht jetzt geht hier aber richtig ab war oder krieg das eingefroren ja läuft doch so einmal kritten bitte scheiße die macht aber nur ein wenig ich probiere ich probiere das rechts wechseln ja ja ich weiß immerhin vorher heißt auch kommt ich wollte die blöde jahr geht aber ja bei mir okay die krieg nix die kann nix gegen ihn ist jetzt ziemlich immun dann was sie ist der erste ja okay was der doofe der namen einfach zwei mal steht da gibt es war er kann man verfolger ist schon umständlich und der nächste kampfraum dann zwei randoms was dann der bus raum und dann schatzkissen riemel talent und glück talent was der talent das hätte ich auch für dich ich kriege richtig wahr wirst du den haben oder den du hast hast du gerade vergleichen ich kann jetzt gerade nicht vergleichen dann gebe ich dir den erstmal dann kannst du sagen ob du den haben möchtest ich kann doch nicht direkt vergleichen mensch nein kommt klar ja gut wäre halt ein dann würd mir halt ein wahrnehmung fehlen für sonst wiederstand der fokus würde sich um einen sogar erhöhen ausweichen wäre dann um hätte ich dann drei weniger aber das ist nicht so wild Geben wir mal auf den Fokus mehr. Kann ich den anderen Hut eigentlich droppen oder so? Den kannst du, glaube ich, weitergeben. Und wie? Äh, draufklicken. Ach, geben. Und dann kannst du den haben. Wer will den haben? Gib mal dem Heiler. Ja, wer ist das von den beiden? Die Lady. Die Lady. Da, ja. Ja, das ist klar. Ausrüstung. Da sollte er nicht erlaufen. Einfach noch hoffen, dass die nächsten zwei Räume danach keine Kampfräume sind. Dank dem Hut mache ich jetzt sogar 10 Schaden. Nice. Was gut. Also kritisst du den jetzt einfach und... Ja, ich kritiske den jetzt einfach. Ja, ist sie. Aber... Also bei den Kritisern bringt das nichts. Blast. Kommt doch jetzt. Ja, hier hat sich jemanden gar nicht. Ich angel auch gleich. So, letzter Fokus rein. Weg mit der Ralle. Tschüss. So läuft das hier. So. Was ist denn los mit der jetzt? Die macht keinen Crit mehr. Die bessere Werte, erst mal nur verkauft. Ach, was? Bis zwei Minuten. Na, da. Ja, mach ich. Mach ich. Mach ich. Mach ich jetzt. Mach ich jetzt. Mach ich jetzt nochmal den Crit und dann gucke ich sie an. Toll, die Rüstung ignoriert. Scheiß Vertraubung. Genau, das mache ich. Mach ich. So. Tschüss. Nice. Level Aufstieg. Jawoll, Münzen. Bestimmt, Level Aufstieg ist auch in die Verkehr. Dann kriegen wir auch wieder was. Körperlicher Schaden. Ja, dann bringt nur die Krior. Easy. Echt nicht mal was nicht verfolgt. Ach komm, echt jetzt? Krieg auch noch ein Schwert jetzt. Wobei es müsste besser als die Axt sein, oder? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Die braucht ihr auf jeden Fall nicht. Na, ich brauche auch nicht. Man solltest wir verkaufen, die einfach nur. Macht einen Schaden weniger, hat Spalten allerdings. Ich weiß aber nicht, wie gut Spalten ist. Ja, einmal durch den Korb und dann weiß es. Ja, aber vielleicht, ja. Ja, ich glaube, die sind... Ja, das verkaufen wir einfach mal machen. Wir finden das. Bewegungsbonus, Geschwindigkeit, ja, die braucht das. Drauf da. Ja, du... Bewegungsbonus, du bist eh der flexibste, du kommst mit am weitesten. Nein, na endlich! Oh, jetzt wird lustig. Erstmal verkaufen. Siehste erst mal verkaufen. Erstmal rein da. Erstmal in den Laden hier. So, das war der den Schiff. Äh, blöde. Ähm... Ähm... Ah, nee, das ist jetzt eine Sache. Das sind seine Sachen, ja. Ähm... Hat er einen besseren Bogen, oder so? Ne, hat er nicht. Einmal das Gelehrten und Heil... Ich hab einmal Heilung ist immer gekauft mit... ...dem... So... So, das... ...geb' ich dann ihr. Damit sie einfach... ...so Heilung kriegt ihr die Level ab. Machen wir da einfach smart. Hier ist noch ne Höhlentrolle. Noch was für... ...zerbrauchene, laute, magische Schaden. Wirst mal verkaufen. Schön verkaufen, einfach. Einfach Sachen verkaufen. Easy game. So, der ist durch. Das stimmt für eine Tollachs. Wäre krass, aber 60 Münzen, wer hat das schon? Ich kaufe mir was in meinem Leben wieder zu heilen. Jo, Heilung ist... Heilung wird ich nachher so... ...wirr noch teurer. Das war damals ja auch schon so. Ja, jetzt habe ich zwar kein Gold mehr, aber das ist egal. Ja, du bist... Besser jetzt investieren als später. So, kann dir jetzt noch was verkaufen, was ich nicht mehr brauche? Ja, der Stock. Drei Münzen, halt. Erstmal Stockverkauf. Erstmal so ein krasses Stockverkauf. So, nächster Random Raum. Pflicht und sagen. Ja, easy. Haben noch genug. Ja, da passt noch. Easy. Machen wir so, machen wir so. Okay, das ist gut. Das ist gut, da passiert uns. Stärke, da... Einschlagen? Du hast... Ja, du hast... Ja, du hast die Kriege, der hat mehr Stärke. Aus. Für den besieße ich... 66 Prozent. Easy, der ist ja... Ja, komm hier, gucke. Ja, hier, richtig Flickinger-Stert. Ja, ich habe die Tür aufgemacht. Ja, ich bin auch ein Lebenspunkt. Warum kriege ich hier einen Lebenspunkt? Bereit für den Boss, doch mal? Ja, okay. Okay, holy shit. Ready. Okay. Machen wir. Priesterin sogar. Nein, das erkennt ich nicht daraus. Feminin. Feminin. Na, für die Frauenquote. Wir haben einfach eine In-Händler. Ja, klar. Kriege ich gleich direkt mich. Alter, was? Scheiß auf Fokus. Ja, leck mich. Fokus? Was ist Fokus? Ja, ganz gewaltig. Unge, hier, steck ein hier. So, tschüssi. Erstmal Critschaden. Ja, greif mich doch gleich an. Ja, ey, guck, ausgewichten. Würdest du da so gut Wert drin hast. Zack. Ganz ziemlich mal kreuzweißen. Ach, komm, jetzt braucht die. Komm, komm. Hier, meine. Komm schon. Jetzt hört doch auf. Kriege ich einen schon weg. Wer den linken will ich zum Beispiel. Aufwand kriegen, wenn er perfekt haut. Ja, aber der hat Rüstung, ne? Ja, trotzdem. 30 Schaden. Ja. Wird es versuchen? Wer weg? Wir haben eigentlich... Ja, wir haben keinen Versuch. Komm. 71 Prozent. Jawohl. Jawohl. 34. Sogar. Okay, keine Rüstung. Okay. Sie hat die Gefahr gesehen. Das war's mit Rüstung. Ach, komm schon. Ich mach gleich erstmal den Bogenschütze nach rechts weg. Wenn die jetzt nicht so... Die sackt jetzt auf einmal. Was ist los mit der? Ja, jetzt auf einmal ist sie nicht mehr so da. Okay, Bogenschütze, dein Gebiet. Boah, belastend. Aber 12 Uhr. Ja, die kriegen das hin. Oh, die macht Gruppenschaden. Alter, warte. Warum macht die denn Gruppenschaden? Ja, boah. Okay, guck auf. Nice. Okay, das wird nicht reichen, aber... Okay, Holger, wir müssen. Ja, wir machen. Wir machen, wir machen, wir machen. Grit. Oh, war kein Grit. Scheiße. Hacken. Immer hacken. Immer. Voll in den Kopf. Hoffentlich nehmen wir es noch keinen Stuff. Münzen. Oh, das ist gut. Ganz viel Wissen. Na, vorbein. Will keiner von euch? Ja, hau euch rein. Gut. Mach ich. Deutsche Intelligenz ist für die Dame. Männer braucht keine Intelligenz. So, lauf da. Ähm, magischer Schaden? Ja, gut. Ja, also ist nicht mein Tipp, ne? Ne, leider. Ja, vor allem Kippie ist es aber immer so viel. Ja, aber ist doch gut. Und das ist jetzt sogar was. Okay. Dafür kommt, ist eine Kette übrig mit plus drei Geschwindigkeit und einen Bewegungsbonus. Alter. Die kriegen ihr jetzt alles zugeschissen. Ach man, ich will auch was. Ich komme mir so, 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 so nix mäßig vor. Nice, die Schriftrolle. Toll. Jo. Eine, eine Portal-Schriftrolle, ja? Oh, easy. Das war's. Ähm. Eis vor. Bitte schön. So. Da ist der Generator. Weil der hat den höchsten Wert. Die hat den geringsten. Die setzt aus. 72 Prozent, was haben die anderen? Würde nicht viel ausmachen, also der andere hat 75. Musst du wissen. Ja, lassen wir das lieber die anderen machen. Okay, wir haben zwei Chancen. Jede, jeden Prozent, das zählt. Wir haben zwei Chancen. Wenn wir zwei verkannen, ist der tot. Okay. Wir haben eine Chance, oder? Wir haben eine Chance. Ich mach da der. Oh, Gott sei Dank. Ja, er macht es noch. Man muss es spannend machen. Ja, genau. Easy. Da war Level 1. Easy. Jo. Nice. Mit ist es bei Chaos. Da ist nicht mal eigentlich ein Chaos hier. Da ist der Herrscherturm. Nice. Lief gut, also. Lief gut. Da müsste man nach unten. Easy. Was ist das? Ich hab bloß noch 14 Gold. Ich bin voll der Arme. Ja Leute, auf jeden Fall. Das war jetzt die erste Ebene von The King. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, mehr davon sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Lasst uns das wissen. Dann gucken wir nochmal, ob wir den Zweistellen noch ein bisschen weiter machen. Auf jeden Fall finden wir das einschalten. Das war erstmal die wunderschöne Folge hier. Lass doch einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann habt ihr das ja hoffentlich schon getan. Auf jeden Fall haut rein. Und ciao.